Hallo YouTube und willkommen zum neuen Technik-Fault hier im Video. Da war es also endlich, Apples jährliches iPhone-Event. Wir gehen das Ganze der Reihe nach durch, auch mit den Informationen, die erst in den Tagen danach gekommen sind. Und wir vergleichen das natürlich mit unserem jährlichen Glaskugelraten. Und ich fand, bei einer Sache lag ich komplett daneben, keine Frage. Aber der Rest, ich war diesmal wieder richtig, richtig gut, wie schon zur WWDC. Fast zwei Stunden ging Apples aufgezeichnete Video-Aneinanderreihung. Jetzt, ich habe es mir mehrmals angeguckt und naja, da fehlte mal wieder ein bisschen die Seele. Wenn sie es live auf der Bühne machen und sich verhaspeln oder einfach sich nur mal kurz versprechen, das hat doch ein bisschen mehr als diese durchgetakteten, naja, Werbe-Videos. Klar, das ist alles eine Werbe-Veranstaltung, aber es gibt solche und es gibt solche Möglichkeiten, das zu machen. Ein bisschen schade und vor allem, dass auch nichts geändert wurde. Und Tim Cook, der rausgekommen ist und erst mal Good Morning wieder gesagt hat, Punkt, dem hätten sie ja irgendwann ja dann doch mal die neue schwarze Watch 10 anziehen können. Aber nein, dafür war Crack auf der Bühne. So, aber wir fangen an. Das Filmchen startete und erst mal waren so Stimmen, wie Apple Watches das Leben gerettet haben, wie Apple-Produkte das Leben einfacher machen, egal in welchen Szenarien. Alles schön, dann sind sie aber direkt mit den neuen Uhren gestartet und direkt mit der Watch 10. Watch 10 kriegt ein, naja, was soll man sagen, es hieß neues Design. Naja, ein bisschen draufkloppen, die alten Sensoren ein bisschen breiter machen, randloser machen. Die gibt es jetzt in 42 und 46 Millimeter. Und wenn man genau hinguckt, ist die 46 Millimeter sogar breiter als die Watch Ultra. Jetzt fragt sich der eine oder andere, der das gesehen hat, Ja, Moment, die Watch 10, die bekommt jetzt auch den, wie tief tauche ich, Messer und sowas. Und viele Ähnlichkeiten, Prozessor und, 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 und. Wofür hat man denn noch die Ultra? Die Ultra bleibt nach wie vor im Programm. Die gibt es jetzt zusätzlich auch in schmatten, schwarzen Titanen. Aber die Ultra ist nach wie vor, naja, noch robuster. Sie hat das hellere Display. Sie hat, gerade wenn wir den Tauchsensor hatten, Während die Watch 10 jetzt bis, ich glaube, 6 Meter Tiefe geht. Ja, fürs Normale reicht das Dicke aus, um damit rumzuspielen. Mega, finde ich super bei der. Naja, ist die halt nach wie vor fürs Tauchen. Für das Ultra, für das Extreme zu haben. Und die normale 10er halt, naja, größer. Ich glaube, der Akku soll minimal ein bisschen besser geworden sein. Warten wir aber mal ab. Aber man wird einfach wahrscheinlich noch den Unterschied haben, dass die Ultra deutlich länger durchhält. Es gibt neue Farben, dieses Jet Black. Es gibt die Watch 10er dann auch in, ich sag mal, normalen Aluminium und dann auch in der Titan-Version. Einfach nochmal ein bisschen mehr. Das dann, bei der Ultra waren sie dann bis auf die Farbe, mussten sie sich noch übers Legen. Open Water, Wellen, Informationen, Software-Zeugs. Es hielt sich ein bisschen in Grenzen. Sie haben sehr lange über das Design von der 10er gesprochen. Aber ja, ich glaube schon, wenn man von der Alten kommt, die SE bleibt nach wie vor im Angebot. Keine Ahnung, wieso. Apple tut es mir doch nicht an. Von einer Ultra auf eine 10er, nein, sowieso nicht. Nächste Ultra, dann vielleicht nächstes Jahr. Man hat es ja bei der 2er schon gesehen. Das wurde ein bisschen schwer. Für mich ja das Highlight Oranges Armband. Bei der 10er wird es, die ist deutlich mehr, die normale ist deutlich mehr an die Ultra herangerückt. Sagen wir es mal so. Wer von alten Uhren kommt, der hat bestimmt jetzt nochmal ein bisschen mehr Auswahl. Gerade mit den Größen. Vielleicht reicht ja die Kleine dann doch. Und vielleicht ist die Große schon zu groß. Warten wir mal ab. Die Watches können ab jetzt bestellt werden oder seit dem Event bestellt werden. Und dann nächste Woche, am Freitag, am 20. sind die dann auch verfügbar. Kommen wir zur zweiten großen Kategorie, die Airpods. Und da lag ich komplett daneben. Wie so oft, wenn man aufs Internet hört, dann denkt man sich, es kommen neue Macs. Es kommen neue Macs, die Over-Ears-Studio-Dinger. Nein, sind es nicht gekommen. Das, was Apple vorgestellt hat, waren die Macs jetzt statt Lightning mit USB-C-Anschluss. Neue Farben. Und das war es. Und noch so Spatial Audio Software Feature. Aber es sind im Endeffekt die gleichen. Und dann gab es danach die Gerüchte, oh, die neuen Aufsätze, die passen nicht auf die alten. Geldschneiderei. Nein, die neuen Aufsätze passen auch auf die alten. Dann kann man sich da vielleicht noch ein bisschen Farbe ins Leben holen. Und was richtig krass ist, Apple hat den UVP von den Dingern gleichgelassen. Und das, obwohl die jetzt drei, vier Jahre auf dem Markt sind. Ich bin kein Freund von den Macs Airpods. Die sind mir zu schwer. Klanglich, ANC-Level-mäßig. Können Sony, Bose da mehr bieten und kosten die Hälfte, wenn nicht sogar noch weniger. Ich bin ein großer Freund von den Airpods Pro 2ern. Ja, absoluter Fan. Aber von den Macs nie gewesen. Die Airpods Pro 2 bleiben auch als Flagship erhalten von den In-Ears. Bekommen auch den Audio-Test bzw. auch eine Hörgeräte-Zertifizierung, dass man es sozusagen auch als medizinisch anerkanntes Hörgerät benutzen kann. Wenn man auf dem Level ist, klar, sieht nicht so schick und unauffällig aus. Aber wenn das so schön funktioniert, hmm. Ansonsten viel Software bei den Airpods im Sinne von Ohrenschützen, Außengeräusche und, und, und. Das, was jetzt aber das große neue Produkt bei den Airpods ist, ist wie bei den 10ern bei der Watch, sind die Vierer bei den Airpods. Die normalen Airpods kommen jetzt in die vierte Generation. Und Apple macht zwei Versionen. Eine Version mit, also normal, für 150 Euro im Open Design, also nichts, was ins Ohr reingeht, so wie wir es von früheren Earbuds kennen oder von Earpods. Und eine Version für 50 Euro mehr mit ANC. Also ANC im Open Fit Design. Bin ich sehr skeptisch. Ich weiß nicht, sowas haben wir immer wieder gehabt. Huawei hat sich die Zähne dann ausgebissen. Samsung aktuell mit den Samsung Buds 3ern. Kannst da auch knicken. Das ist ANC auf homöopathischem Level. Gucken wir mal, was Apple da rausbringt. Für 50 Euro erwarte ich aber schon ein deutlich wahrnehmbares ANC. Keine Frage. Over-Ears, In-Ears haben es von der Abdichtung. Die haben ja schon eine Grunddämmung mal da. Und dann setzt so ein ANC noch eins drauf. Bei den Airpods 4ern, mit so einem offenen Design, was sie da reißen können. Naja, dann ging es aber endlich. Nach fast 45 Minuten kamen dann die iPhones. Es gibt, oh Wunder, wieder vier Modelle. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max. Yuppie-yayay. Die Gerüchte haben gestimmt. Alle mit dem gleichen Prozessor. Ja, wobei, stimmt nicht so ganz. Die Ausschussware geht nämlich in die 16er. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber so funktioniert die Chip-Industrie. Das machen AMD, das machen Intel, Snapdragon, Qualcomm. Wie sie nicht alle heißen, ist halt immer so. Im Endeffekt provozieren sie A18 Pro-Chips. Wir sind in der A18-SoC-Prozessor-Chip-Generation. Und wo sie dann einen fehlerhaften GPU-Kern haben, die werden dann die A18er normal sein. Das ist so der Hardware-Unterschied zwischen dem A18 Pro und dem A18 normal. Sechs GPU-Kerne, fünf GPU-Kerne. Alles andere Fertigung und Layout sah für mich absolut gleich aus, wenn man das so mal guckt. Und ich glaube auch nicht, dass Apple an den internen Daten da irgendwas gespielt hat. Auch am verbauten RAM oder sowas sieht das alles oder an den Quick-Kernen. Weil wir brauchen jetzt AI. Auch AI war bei Apple, bei den iPhone 16ern ein großes Thema. Das interessiert uns aber hier in Europa nicht. Die Welt hat sich einmal komplett gedreht. Wo die Amis uns bis vor ein paar Wochen noch beneidet haben, weil die EU-Regulierung die iPhones öffnet, weil wir alternative App-Stores haben, weil es so viele Möglichkeiten gibt jetzt. Durch die Gesetze in der EU, dass Apple das iPhone softwaremäßig und für andere Dienste öffnen musste. So sehr ist es jetzt erstmal so, dass dieses Feature nicht zu uns kommt. Jetzt könnte man rufen, EU, ja, sehe ich aber jetzt nochmal nicht so. Denn wenn man sich Apples Roadmap anguckt für Apple Intelligence, dann kommen die Geräte jetzt. Aber die AI-Funktionen kommen erst mit iOS 18.1 und dann auch erstmal nur auf Englisch in den USA. Dann kommen andere Länder noch dazu. Kanada, UK Ende des Monats, Ende des Jahres. Und nächstes Jahr kommen dann erst andere Sprachen dazu. Was hatten sie da? Spanisch, Chinesisch, Französisch? Irgendwas war, glaube ich, nochmal dabei. Aber kein Deutsch. Und auf einmal sind wir nicht mehr vorne mit dabei. Man fühlt sich viel zu an frühere iPhone-Starts erinnert, wo in vielen Ländern die Dinger gestartet sind, aber nicht bei uns. Das heißt, dieses Apple Intelligence-Funktionen, die kommen erstmal überhaupt nicht zu uns auf absehbare Zeit. Sagen wir mal ein Jahr. Und dann, also bis zum nächsten iPhone eigentlich. Und dann werden die noch nicht mehr auf Deutsch funktionieren. Gut, wer weiß. Vielleicht kommt dann nächstes Jahr April, Mai eine WWDC und dann werden wieder so viele neue Sprachen vorgestellt. Dann wird der Staat in anderen Ländern thematisiert. Aber so lange interessiert uns das nicht. Das heißt, selbst wenn, also es gibt ja die Überlegung, hält Apple das in der EU erstmal zurück, weil die Regulierung, na, und weil es bei Apple Intelligence tiefer in Systeme eingebaut ist, als weiß ich nicht so wirklich. Ich glaube, das ist wieder, na, auch Apple stößt an Kapazitätsgrenzen, bis es dann einigermaßen läuft. Dann denke ich mir aber gleichzeitig, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das, was ich da an Apple Intelligence-Funktionen da gesehen habe, was war das? Die Kamera macht jetzt OCR, was sie bei Texten auch hat, jetzt aber halt mit anderen Sachen Plakate abzugucken und dann den Termin vom Plakat direkt in meinem Kalender reinpacken oder eine Circle-to-Search-Funktion Kopie. Das war bei vielen Sachen, wo ich mir denke, nein, wenn man sich anguckt, was Google mit Gemini oder Gemini plant, wenn man sich anguckt, was Open oder ChatGPT oder OpenAI mit anderen Sachen macht, dann ist das bei Apple hinten an, auch von dem, was sie jetzt wirklich an Funktionen versuchen zu produzieren oder Möglichkeiten. Das sind die wahrscheinlich auch die Getriebenen, die jetzt innerhalb von anderthalb Jahren irgendwas mit AI rausbringen mussten. So, dann kann man, keine Frage, bin bisher kein Freund von AI. Vom Nutzen hält sich das absolut in Grenzen. Das sehen ja auch immer mehr die Hersteller ein. Und vor allem damit dann irgendwie Geld zu verdienen. Puh, warten wir mal wirklich ab. Vielleicht wird AI irgendwann so ein Passwort wie Blockchain oder irgendetwas. Auch Krypto. Vielleicht ist dann jeder über. Klar, es wird irgendwann, das ist es halt. Hätten wir die, vor einigen Jahren wären diese Funktionen niemals mit AI in Verbindung gebracht worden. Dann wäre das ein Feature gewesen. Dann wäre das eine Funktion. Aber jetzt muss das ja AI und Apple Intelligence sein. Pustekuchen. Apropos iOS. Wir haben einen Termin für die ganzen Software-Updates. iOS, iPadOS, Nexus, MacOS. 16.09. ist es dann soweit. Yippie, jay, jay. Ach ja, und bei den iPhones vielleicht auch das direkt. Das ist das Einzige. Die AirPods können auch schon bestellt werden. Auch Zubehör kann schon bestellt werden. Aber die iPhones dann erst morgen, 13. September, 14 Uhr. Da wird ja der Apple Store down sein. Hier nochmal ein Tipp. Alles aufmachen, wenn man diese Dinger denn überhaupt so schnell direkt hat. Bei Apple bestellen möchte, Browser offen haben, aber auch die App Store-Apps überall eingeloggt sein. Sich vorher Gedanken machen, welches iPhone hätte man gern. Das vielleicht schon als Favorit speichern. Die Standard-Dinger. Weckerstellen und dann gib ihm morgen. So, was können denn jetzt die neuen iPhones, nachdem ich mich über die Software-Dinger eigentlich ausgelassen habe? Neuer Prozessor für alle. Ja, sehr schön, dass wir da wieder einheitlich sind. Apple, die Schweinebacken, haben ja dann noch gesagt, wir haben den A18 mit dem A16 verglichen. Oder haben schlimmerweise das iPhone 16 mit dem iPhone 15er verglichen. Wo wir aber noch den alten Chip haben. So, jetzt guckt man sich den neuen an. Die ersten Zahlen sind schon da. Single-Core, Multi-Core. 17, 18 Prozent mehr Speed. Ist ja nicht so, als ob das vorher zu wenig war, aber jetzt kamen wir mehr NPU-Funktionen. Apple hat ja noch Demos gezeigt. Ist wie immer so bei Apple. Die zeigen Gaming-Demos, die nicht so prall aussehen und dann ruckeln sie auch noch. Ich glaube, das ist so ein Insider-Gag bei Apple. Die haben diese perfekt designten Bühnenshows und bei Spielen denkt sich der Verantwortliche, das muss ruckeln. So, also neue Prozessoren. Normaler Schritt weiter, kein großer Wurf. Die normalen iPhones, bessere Kamera, besserer Weitwinkel. Hatten sie ein paar Beispiele gezeigt, aber auch da wieder, dann haben sie den Makromodus gezeigt vom Weitwinkel. Hat Apple jetzt nicht erfunden, das machen andere Hersteller seit Ewigkeiten. Das sah bei den einigen Bildern auch schon ein bisschen rauschig aus mit den 12 Megapixeln und dem Makromodus. Dann geht ja Apple wieder hin und sagt, wir haben ein Foto, dann haben wir eigentlich nochmal die zweifache. Also Zoom-Stufe, wenn wir das innere Bild nehmen und dann haben wir ja noch den Weitwinkel und dann haben wir noch einen Makromodus. Das heißt, wenn die neuen iPhones, wo das Kameradesign ja einfach nach unten gewandert ist und das ein bisschen schmaler geworden ist, dann haben wir ja eigentlich vier Kameras in einem. Wartet mal ab, bis Sony oder sowas das spitzkriegen. Dann sagt Sony auf einmal, ey, wir haben 27 Kameras in einer, wenn ihr alle die brennweiten Abstufungen dazu zählt. So, auf jeden Fall bessere Kameras bei den iPhone 16ern. Was alle haben, mehr Akkulaufzeit, deutlich. Dafür muss man aber auch sagen, die Geräte sind größer, breiter, schwerer geworden. Das ist dann kein Kunststück. Freut mich persönlich, ja. Ich finde, man kann nie genug Akkulaufzeit haben. Aber auf dem Papier ist es, naja, es wird halt schwerer, dicker. So, aber bisher bin ich da noch nicht an meine Grenzen gestoßen. Ich würde mir eher wünschen, dass so ein iPhone-Akku länger konstant die Leistung hält, weil, aber es ist eine andere Geschichte. Schnelleres Laden ist auch mit dabei. Von Apple offiziell bestätigt, schnelleres MagSafe-Laden oder G2. Nicht mehr 15 Watt, sondern 25 Watt. Und, was die Chinesen oder die chinesische Zertifizierungsbehörde gesagt hat oder bestätigt hat, schnelleres drahtloses Laden. 45 Watt, ob das jetzt nur ein China-Ding ist oder sowas oder doch da irgendwo ein Fehler ist. Das wäre ja mal was von diesen 27 Watt in der Spitze bei einigen Modellen. Jetzt auch 45 überall. Wundert mich, dass Apple das nicht breiter getreten hat. Oder mal gucken, wie es dann wirklich sein wird. Aber grundlegend eine längere Akkulaufzeit mit den Dingern. Die neuen MagS sind dann King of the Pock bei der Akkulaufzeit. Laut Apple nicht mehr das 16 Plus, sondern das MagS und das 16 Plus und das Pro dann auf einem Level. Die Pros haben noch einen weiteren Vorteil im Vergleich zu den MagS. Klar, wir haben die 5-fach optische Zoom-Linse. Die kriegen jetzt 4K 120. Super Zeitlupe. Was kriegen alle? Den neuen Kamerabutton. Beziehungsweise ist ja kein Button, das ist so eine kapazitive Fläche. Die, die damit rumgespielt haben, die sagen für die normalen iPhones 6.1, 6.7 Plus und 6.3 Zoll Pro. Das normale Pro ist von 6.1 auf 6.3 Zoll vom Display größer geworden. Der Displayränder dafür kleiner. Das ganze Ding aber größer als der Vorgänger, also minimal. Da funktioniert das mit dieser Fläche, um die Kamera zu bedienen. Gar kein Ding. Kann ich den wechseln, den Modus wechseln, zoomen und sowas? Ja, aber was auch Leute sagen, beim MagS ist das Ding an der falschen Stelle. Da ist es zu mittig angeordnet. Das hätte irgendwie weiter in den Rand gemusst. Müssen wir da auch mal gucken. Revolutioniert denn das alles? Nein. Was für die Videonasen vielleicht interessanter ist, dass die Kamera mit iOS 18 eine Pausefunktion bei Video bekommt. Yeah, aber das gilt halt für alle frühere Modelle auch. Tschüss, tschüss, Mute-Switch. Die Gerüchte haben sich auch bestätigt. Beim normalen 16er verschwindet der. Wir kriegen den Action-Button, den ich ja begrenzt frei belegen kann. Ah ja, und die Kamera-Swipe-Nummer kann ich halt nur für die Kamera benutzen, diesen kapazitiven Taste. Nicht für irgendwas anderes. So, und dann finde ich jetzt, wenn ich mir das so angucke, die normalen iPhone 16er haben das Update bekommen. Mit besserer Kamera, längerer Akkulaufzeit, den Action-Button, die Funktion. Ja, Farben, hätte ich mir vielleicht auch noch mal was anderes gewünscht. Die iPhone 16er haben so das normale Update bekommen. Bei den Pros, da hat sich, also auch ohne, also selbst mit AI hätte ich da gesagt, da hat sich ja gar nichts getan. Ich weiß, es gibt diese Grafiken, wie seit dem iOS, seit dem iPhone 11er, 11, 12, 13, 14, 15, die Pros alle gleich aussehen. Ja, tun sie. Man hat sich hier mit der Sensor verschoben oder ein bisschen vom minimalen Kamera-Layout. Dafür gibt es dieses Jahr aber wieder neue Farbe. Dieses Sand, so ein rötliches Braun, leicht kupfer, je nachdem wie das Licht ist. Was man nehmen muss, um optisch zu zeigen, ja, ich habe das neue iPhone 16 Pro. So, gut, bei den normalen iPhones habe ich ja gesagt, das Kamera-Layout ändert sich. Das kommt, macht wieder, ich glaube, drei Generationen zurück oder vier sogar, wo die Linsen wieder untereinander angeordnet sind. Da ist es ein bisschen einfacher. So, Preise, erstaunlicherweise gleich geblieben sogar in Deutschland. Und wer jetzt ruft, Moment, das ist doch viel teurer. Ja, Max wieder nur mit 256 GB Einstiegspreis. Alles andere fängt, und auch das, 16er Pro, 950 Euro für 128 GB. Das ist für meinen Geschmack mal wieder deutlich zu teuer. Ich weiß auch, wenn man dann die Max-Preise als Flagship durchgehend vom UVP vergleicht mit dem Samsung Galaxy S24 Ultra. Gut, das ist keine Überraschung, ist auch dieses Jahr wieder teurer. Aber Samsung-Dinger fallen wenigstens im Markt schneller im Preis. Gut, dafür sind die Apple-Dinger auf der anderen Seite dann wieder die wertstabileren Sachen. So, die Zubehör-Dinger, es gibt wieder Cases, es gibt wieder, ich glaube, Silikon und Plastik. Feinwoven, Feingewebe wurde dankenswerterweise beerdigt. Das war ja auch eine totale Grütze. Also ganz ehrlich, Apple hat mal wieder Zubehör-Dinger gemacht. Naja, dann gucke ich mir jetzt wieder Silikon-Plastik-Case-Preise an von 60 Euro. Also, es tut mir wieder schwer. Ich kann verstehen, warum es da draußen so viele Drittanbieter für Hüllen und sonst was gibt. Ansonsten ein Unterschied zwischen 16er und 16er Pro. Klar, mehr Möglichkeiten mit der Kamera. Pro-Funktion für die Kamera, Apple Raw, ProRes. Deutlich, also für die Extremen halt nochmal ein bisschen mehr. Und als fette Einschränkung, weil Apple es so möchte. Ich sage jetzt nicht Always-On-Display. Das hat das normale 16er dann nicht. Das haben wieder nur die Pros, obwohl es total eine Schwachsinnbegrenzung ist. Weil der Akku, der Prozessor gibt es her, der Akku gibt es her, die Displays geben es her. Dass die Dinger kein Always-On-Display haben, ist sowas von eine künstliche Beschränkung von Apple. Sondern 60 Hertz. Wir haben kein True-Motion-Display bei den anderen. Wir haben 2024, zweite Jahreshälfte. Und Apple bringt wirklich ein fast 1000-Euro-Telefon mit einem 60 Hertz-Display raus. Künstliche Beschränkung. Nichts, nichts, nichts anderes, um die Dinger irgendwie nochmal abzugrenzen. Das Schlimme ist, man kann sich an die 60, haben wir früher alle genutzt, war alles tuffig. Aber wenn man einmal 120 angefangen hat und dann vielleicht ein Pro-iPad hat, was man oft nutzt und zwischen den Geräten hin und her wechselt, dann stehst du da immer und denkst dir nur so, was stimmt mit dir nicht? Also, meine Einschätzung, ich habe jetzt schon vieles mit reinfließen lassen. Ja, die neue Watch 10er, Häkchen dran, das ist das Interessante. Die AirPod Pro 4er, beziehungsweise der AirPod 4er, ja. Mal gucken, ob es ANC was bringt. Ansonsten die Pro 2 nach wie vor ein ganz heißer täglicher Favoritbegleiter von mir. Und bei den iPhones ganz klar, die 16er haben so ein bisschen Liebe bekommen und bei den Pros ist ihnen halt nichts mehr eingefallen. Und nochmal, dass diese AI-Funktionen auf, sag ich mal, ein Jahr lang nicht zu uns kommen. Selbst wenn sie da gewesen wären, das ist ja eher so ein bisschen was, bin ich noch gar nicht traurig. Vielleicht haben wir dann ein Jahr länger, bis man dann rausfindet, so wirkliche Nutzungsszenarien. Nicht so, baller mir meinen Kalender mit Dingern vor oder gib mir Antwortmöglichkeiten, sondern vielleicht doch was mehr Richtung Computer der Enterprise. Oder Lieutenant Commander Data, wenn wir gerade dabei sind. In die Richtung. Muss ja nicht. Ja, egal, lassen wir das. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.